Ich bin, ich bin sprachlos. Ihr wisst doch noch, vor ein paar Folgen habe ich gesagt, ich will nicht mehr farm gehen. Am Anfang der letzten Folge habe ich gesagt, ich will nicht mehr farm gehen. Und was machen wir jetzt gerade? Wir sind farm. Wir konnte das nur passieren. Ja, kann mir das irgendwer von euch erklären, wieso wir jetzt auf einmal wieder farm sind? Ja, okay, dann sind wir jetzt farmen. Ich würde sagen, das ist aber nur ein vorübergehender Zustand, denn ich habe echt keine Lust mehr. Aber ich habe mir jetzt, wo wir schon farm sind, einen kleinen Alternativplan überlegt, was wir damit erreichen könnten. Außer Dias zu finden. Ich würde sagen, lasst euch überraschen, was mein Plan ist. Und ja, jetzt viel Spaß bei der Folge. 3, 2, 1, los. Hallo Leute und willkommen zur, äh, schon wieder vergessen, 20. Folge Minecraft Baro-Style. Mit dabei ist der Marvin. Hallo. Ja, und ich würde sagen, wir haben uns wieder was vorgenommen. Geben wir einfach mal drauf. Jo, 3, 2, 1, go. Also, weiterfahmen geht's. Meine Aufnahmezeit ist auf. Ja, verdammt, du siehst mich. Das hätte gar nicht sein können, weil dann wäre meine auch ausgebraucht. Ich gehe, ähm, ja. Mittlerweile sind wir jetzt, äh, zu. Ich gehe nochmal zurück hier in die Höhle und farm noch ein paar Level, weil die brauchen wir ja dann. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, äh, warum auf einmal der Bogen so eine andere Tatsache zu haben und... Wannung, Krippe. Wannung, Krippe. Wannung, Krippe. Ich gehe mal kurz in die Höhle und farm. Also, was haben wir ausgedrückt? 24. Achso, ich bin Level 4. Ja, okay, ich bin mit noch mal schon gleich wieder Level 13. Ja, verpiss dich doch, Skelet. Ich tue dich auch mal schnell in die Höhle. Meinen, meinen, meinen. Ach ja, und wenn du die Gears dann siehst, was ja einfach stehen. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ja, achso, ja, und dann gehen wir raus zur Zähne. Ja, genau so machen wir das. Hallo, bis wir, bis wir Level 24 sind. Ich bin doch schon Level 13. Ja, wow. Ich baue hier die ganze Kohle ab. Ich habe hier einen Strip-Myker vor dem anderen Team gefunden. Ich muss dieses Texte-Pack ändern, Alter. Was für den Texte-Pack spielst du? Äh, Future-Pack. Okay. Und so spiele ich immer Crafting-Farbo, obwohl eigentlich Faithful. Also, ja, na, ich spiele eigentlich so immer Crafting-Farbo. Aber ich habe mir eigentlich für das Projekt mir Faithful geholt, aber ich spiele es trotzdem. Man, ich glaube... Diaz 2! Nice. Nein. Drei, vier. Leis, dann haben wir fünf Diaz und könnten uns zweiten Helm machen. Äh, was fehlen uns noch für Teile? Die baue ich jetzt ab, oder? Ja, baue sie ab, so viel Zeile jetzt. Ah, fünf, fünf. Ah, nee. Also, egal, ich komme jetzt. Ja, okay, jetzt haben wir mal fünf. Ich komme jetzt mal in deine Richtung noch ein bisschen weiter. Wollen wir erst auf eine Brustbranche sparen, oder die dann eine Brustbranche bauen? Ich weiß nicht, meine Brustbranche bauen die Brustbranche, baue die Brustbranche. Ja, ich kann ja eh noch bauen. Den gebe ich dir aber dann. Ja. Ah, ich verlaube. Okay, also, eine Frögenstau ist eigentlich ziemlich neig. Äh, baue mal einen Ofen und sowas auf. Ich komme dann und tue Gold und so alles so mal rein. Okay. Alter, wie viele Blöcke hier rumliegen? Ja, ich komme zu dir. Warte, warte, ich baue hier. Ich bin schon wieder so paranoid und glaube nicht, dass meine Aufnahme läuft, aber die läuft, was schön ist. Äh. Und sichere die Kiste nicht. Du vergisst immer, dass man immer nur eine Kiste sichern kann. Wir haben noch ein Spawnix sicher die Kiste. Mhh. Ja, ist doch so. Ja, hier kommt der eh sowieso Connerville. Ja, das war intelligent. Über die Kiste das zu platzieren. So, äh, ich habe nichts was geschmolzen. Wir kommen gerade im Inventar, hauen einfach mal alles rein. Just do it! Oh, ups. Ja, ich baue einfach mal ein bisschen weiter, vielleicht finde ich noch irgendwo hier aus. Na, ich baue beim Eingang einfach mal noch. Weil hier hinten höre ich Lava. Oder habe ich Lava gehört? Ja, dann gehen wir weiter in die Höhle einfach. Meine Diopolis ist bald kaputt. Ah, ja, ja. Ich bin dort. Ähm, ich habe einen anderen Gang gefunden. Und, ähm, Leute, kann es sein, dass das... Was? Kann es sein, dass das unsere Höhle einfach mal... Es kann sein, dass wir mal nur in der Höhle sein, äh, werden wir schon mal fahren. Ja, das ist deutsch. Oh, sieks schon. Ja, ich habe irgendwie... Ich weiß jetzt auch einmal sagen, wo ich nicht alles drauf. Definitiv. Definitiv nein. Ich bin schon sehr bis 16. Deutsch lernen mit Fabian. Was, wir stören? Er hat Deutsch lernen mit Fabian, habe ich gehört. Oh, so. Weston. Ja, okay, ich baue einfach hier zu. Aber es kommt mir nicht so vor, als wären wir hier. Ah, ich denke, hier ist Kontinue. Hm, ich glaube nicht, dass wir hier werden und schon mal waren. Hm, in some way, I don't know. Okay, Lava. Achtung, come on. Incoming. Weston, nice. Ich möchte das Weston für mich stehen lassen. Ich bin jetzt Level 17 gleich. Was ganz so gut stimmt. Hast du eigentlich noch eine Eisenpickings oder was für mich nochfalls? Nö. Ich brauche mich aber hier, da ist nichts. Ja, das ist meine Inventars komplett voll, sonst zu können. Nee, ich habe nur ein Zitrung. Hölzstämme. Ja, ich auch. Oh, Skelettentreffen darf ich nicht machen? ich gehe mal in der Richtung bist du schon, gehe ich da, oder? Ich brauche mich hier, war Doktor Da ist ein Gang, da war ein anderes Ding Wir dürfen nicht vergessen zurückzugehen und unsere Öfen mal zu leeren Ja, weil da ist Gold drin Soll ich mal schnell zurückgehen einfach? Ja, kannst Ich bin Level 17,5 schon, sonst ist die Frage von wo sind wir gekommen, einfach straight da durch oder? In der Tat Die Blöcke von, äh die Gänge von den Anderen habe ich mir gekommen, ist dann zugebaut Ja Was nenne, die Kiste hast du eigentlich nur Scheiße rein, ich nehme das Holz mit Ok, dann tue ich, das tue ich wegschmeißen Bin ich hier noch auf Höhe? Ja bin ich Ok, wir haben doch noch Äpfel, oder? Dreier Nice Weil wir haben, wir könnten ein Auffang Ja, wir haben jetzt noch 10 Gold Oder was heißt 10 Gold? Ja, wir haben schon zusammen, wir haben jetzt 10 und 12 Ja Ich brauche mal die Öfen ab und nimm die mit Ich brauche mal die Öfen ab und nimm die mit Gib mir doch die Tiers ein, ich hab's nie für die A scheiß Gravel Ok Ok Das einzigste was ich beim Strip mein Hass ist, Gravel Das nervt und echt der Mausen Ok, ich bin Level 18 gleich So, wo lang bist du gegangen? Wollang bist du gegangen? Wollang bist du gegangen? Äh, warte Hast du mich nicht gesehen? Warte Ich seh dich nicht Glaub links rum Ah, ich seh da noch Hier Warte Ah, ich seh da noch Okay, wir können uns noch ein Goldauffel machen Nein Warte 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 Davon ist doch noch mehr Was Warte 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 Varte Warte 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 einfach Minus 280 Prozent das Wohnzimmer ein 20 20 2 20 so nicht nicht alle jahre okay nicht mehr von den Z-Koordinaten okay okay das reicht mir schon als Angeber nicht dass wir ihm verraten wo wir gerade sind in der letzten Folge habe ich meine Kohle so offen gehabt aber wir sind jetzt schon wieder relativ weit laufen jetzt läuft es ich komme gleich, ich baue bloß Kohle ab, dass ich gleich Level Null bin ich habe auch fast den 1er abgebaut weil ich nicht mehr wusste ob das XP bekommt baue es einfach ab, baue es einfach ab ne ne ich habe es stehen lassen wir haben falls ja eh genug da ist nochmal Wackstone okay Level 20 incoming ich habe nur die ganze Zeit Schiss dass irgendwie ich bin da können nämlich jetzt so richtig nicht mehr in die Luft jahre aber der Creeper kann uns schon lange nicht mehr töten da muss die schon in die Lava reinhauen und selbst dann überlebst du noch ein paar Sekunden ich bin kaum an den Scheiß Creeper nein du überlebst sogar du überlebst wenn ich in den Creeper die Lava reinspringt das noch ein paar Sekunden und ich könnte dich dann vielleicht noch retten genau du fort, ne? ja, ne ich muss die Lava halt schnell löschen dann ne ne und dann bin ich unter dem Obsidian hier ah Höhle ich glaube in die falsche Richtung okay Level 20 bin ich schon welcher Höhle bist du da? ja ach du mir ist mir auf den Kopf okay meine äh Dings ist gleich kaputt meine Diopik X ich glaube wir sind zu hoch für Diopik X du bist da unten was ach so äh du bist da mal in die Höhle ja komm mal zu tun ich hab schon mal Gold gefunden hier ich mach mal was Lash VT 5 Minuten auch mal noch okay ich kann das Gold aber nicht aufsummen ich kann das Gold nicht aufsummen ich stelle hier die Öfen wieder auf ich hab die Öfen nicht dabei Hexe 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 nein eine Hexe das kann doch nicht sein Moment das wägt traurige Erinnerungen wo kommt denn die Alter die haben mich ja nur gefokust du scheiße Fotze ey mal leck mir die ey stimmt jetzt könnten wir ein Problem Alter ich hab die anderen am Kampf jetzt könnten wir ein Problem haben ich hab die Tür Tür ich hör die Tür ja gut äh also die angerannt äh ran kam ok ich bin fertig die war schnell da äh ja gut äh äh gib mir mein Skull ich hab' ja das war jetzt nicht so nice äh hier ist das ganze Ansegold kann man den schon mal einen Apfel draus kurven weil ich hab' noch äh 16 Gold das z Alter das fand ich jetzt nicht witzig das fand ich auch meine Diabete ist es kaputt gegangen ja nice hier nimmt das russisch weiße ja ich hab keine Sticks gehört nach Kurschuh hier in Städter Kurschuh ich brauche mich jetzt eben weiter weil wir ich bin hier noch mehr auf die Welt weg mit dem Steak weg damit so was mach ich denn da weg da weg da weg da weg da ja jetzt ok ich hab schon wieder lauter hier in mein Gang von links und von rechts und von überall Alter ok da hat's kurz gelockt ja was schmeiß ich denn jetzt weg ich schmeiß die zwei Kohle weg und weiter geht's so und ich hab die Lava gefunden nice ah Leute schlucht 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 nice 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 dann wissen wir wo wir hingehen jetzt dann nächste Folge es ist und bleibt dein Rätsel ich hab nämlich fast die 24 Level zusammen hier bin ich nur ja Höhe 15 und 14 ist da ok ich mach mal hier zu dass nix reinkommt das lass ich offen das ist ok aber das nö 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 das sehe ich gar nicht in der Welt der Eingang in die Schlucht da ist die Lauer das gefällt mir hier ist Laura Rösser ich baue die ganze Kohle noch ab wo wir genossen Level 21 bin ich schon hier passiert ich bin ein Mini-Zombie wir müssen bloß alle Bücher und alle hast du noch Zucker oder irgendwas bei dir? warte Zuckerrohr 2 2 ok ok und es bleibt noch ein Zucker so übrig wenn ich das durchziehe was ich machen will und ja dann dann noch wissen was dies sind die Duht drum ja für mich ficken die ganze Lein ja keine Drogen Leute glaub demnächst äh ... natürlich einem vollgeil oh Gott nach nach so einer Lein haben wir sind wie der Fitte da geht's ab doch sagst du du bist da hinten noch bist du in der Schlucht? nee hab mich hier bloß ein paar Blöcke runtergetrobt weil ich die auch schon Prozent zum Mann auch komisch ist mit Mann eine Minute Mann glaube ich bin gleich wieder zu sehen Wollübungen Lopper ich habe noch glaube ich muss ich jetzt wieder die Leer der Ja, da sind die Öfen. Wow, ich hab meine Enderperr verworfen. Ey, das war wieder so ein richtiger Marvin. Weißt schon, ich will Blöcke platzieren mit einer Switch auf die Enderperr, ey, ja. Und dann werfe ich noch das hin. Na gut. Wir müssen uns dann wiederfinden nächste Folge, aber das sollten wir eigentlich schaffen. Ja, nice. Und ja, das war's für diese Folge. Für diejenigen, die nicht kapiert haben, was wir vorhaben, das bleibt ein Geheimnis, das seht ihr nächste Folge. Spannungsbogen. Nach der Werbung, bis weiter. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao.